Musik zu gehen wo es ist. Da gibt es auch kein Portal. Hier, da gibt es vermutlich auch nix. Denn da gibt es Abgrund. Schade. Habe ich schon einen? Gibt es auch keine Andeutung für ein weiteres Räumchen? Nein, gar nix. Und nun der Frostybald ist auch noch draußen hier. Gibt es die Seidenkörbe noch? Ah Jungs, ich will gar nix wissen. Jetzt zackt es aber bei euch. Drei gegen ein ist schon unfair. Du scheiß Frostmarde. Hier war da noch irgendwo eine. Wo kommen wir jetzt hier wieder raus? Ah. Guten Tag. Oh. Kaum mir bekannt vor. Ah. Tu mir auch. Nee, hartig bleiben. Immer schön hartig bleiben. Dankeschön. Hier gibt es es auf jeden Fall nicht. Hier kommen wir nix so dran. Schade. Gucken wir höchstens raus. Puh. Kommt aber mittlerweile echt viel raus am Material. Gut, dass wir jetzt hier schon drin waren. Na toll. Und nun? Nee, jetzt komm. Jetzt im Ernst nicht schon wieder. Mir war doch grad jetzt schon nervig. Hau ab. Hau ab, habe ich gesagt. Geh weg. Boah. Ich fühl's ja noch in deren. Oh. Du nervst. Stress. Wenn du mal so ne Ding aufmachst hier. Die sterben. So, tschüss. Was gab's denn da schon wieder zum Aufnehmen? Irgendwas blau-kristallmäßiges. Oha. Seesaphir. Ich bin dabei. Aber wie man sich hier dumm und demnig dann suchen kann, wo diese scheiß Portalräume sind. Vielleicht werde ich's auch nicht mehr wiederfinden. Das kann's natürlich auch sein hier so. Mal schnell zumachen. Also hier war ich vermutlich schon. Wenn jetzt hier gar nichts mehr ist, dann gibt's einmal die Plattform hier war ich schon drin. Einmal Ladeplattform, beziehungsweise wir reisen einfach weg. Da gehen wir noch gucken. Suchen wir uns da noch ein Portal. Und dann ist schon fast wieder Feierabend. Ich mach wie gesagt immer 15 Minuten, Stunde, eineinhalb Stunden, maximal zwei. Allein nur wegen dem Schneiden. Ich hab mich ja dran gewöhnt gehabt. Die ersten fünf Folgen waren ja 15 bis 20 Minuten. Und die letzte war ja ein bisschen länger. Und dann immer mit Begrüßung, mit Abschied. Und ich denke immer, wenn man so im Fluss ist, dann will man ja auch was schaffen. Und will ja nicht gerade dann dabei abbrechen. Wir gehen mal immer was quäften. Portalblöcke. Wir haben jetzt neun. Das heißt, ein Portal. Können wir helfen. Gibt's eigentlich ein Event? Ne. Acht Minuten ist das noch aktiv. Okay. Gibt's eigentlich ein Event? Ja. Hier muss da was hintergeben immer. Oder auch nicht. Kann ich auch ruhig entspannt das teilnehmen. Obwohl ich ja einfach hier mit Licht habe. Hm. Da ist nix. Da ist jetzt noch ein Tor. Einmal da. Da ist nix. Da ist nix. Ah, da flippen. Ey was soll denn das? Ist da für ne Scheiße. Ich sterbe. Ja, fuck who will. Rucksack voll. Das ist ein Pilzding. Aua. Mein Gott. Jetzt hab ich nur mit Haube verbunden worden bin. Das ist noch eine Kiste. Geh doch weg. Geh aber weg. Geh einfach weg mit dir. Rucksack ist voll. Das heißt, im Interfekt gleich mal. Da trinken wir hinweg. Gucken, was ist das? Nein. Alles klar. Wir können auch uns den Platz mal eben sparen. Warte, da ist ja nichts. Gut. Da ist ja nichts. Da auch nicht. Ich will gerade wissen, ob hier was ist. Nein. Ich glaube nicht, dass hier hinterher auch noch was ist. Das heißt, wir können hier schon wieder raus. Das heißt, wir können hier schon wieder raus. Wenn da meist was ist, kommt man noch schneller durch. Einmal kurz reparieren. Reparieren und reparieren. Dann haben wir noch einige davon. Das sehe ich gerade. Jetzt muss ich mich ernsthaft durchkramieren. Ach, das war dieser Wassertempel. Ja, stimmt. Komm. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Ja, Täubchen ist alles gut. Eine kleine Eule. Ich glaube nicht, dass hier noch was. Nein, sind nur so ein paar Magierarschgängen unten. Sorry, aber die mag ja gar keiner. Was ist hier so unten? Ja, da war ich schon mal. Bin, glaube ich, mit dem Erdding hochgegraben. Nö. Blitzt da, oder blitzt da hinten so ein Ding? Da gibt's nix. Hier gibt's ne angehellte Ecke, wo's auch ein bisschen nach unten geht, ne? Okay, ist ja schon wieder was für mich. Alles so ein bisschen unter Wasser. Du siehst ja nix. Ey, es ist jetzt dunkel wie ein Rattenarsch hier. Ich weiß nur, dass ich immer weiter nach unten gehen will. Oder auch nicht. Das hat er sich dann natürlich mit der Aussage dann auch erledigt. Werd wir dann nach unten gehen wollen. Hier können wir nur einmal so'n kleinen Steg machen. Ich will einmal da rumgehen. Wow. Ich wollte nur mit dem sprechen, Mann. Was ist los mit dir? Irgendwie sind's ja nicht freundlich hier zu mir. Ich weiß auch nicht warum. Ich finde, wie gibt's da oben das... ...nächste Portal. Wir gehen einfach mal rüber auf die Seite. Okay, und schnell weg. Und schnell weg. Da ist eine Hütte. Da ist eine Kiste. Geil. Oder ist irgendwas wieder drin, was ich haben will? Zum Gucken. Was es denn ist? Immer noch was Volles? Äh. Schupe haben wir. Und sonst? Ja, nüscht's. Ich mach doch n' Arsch offen, oder? Ja, doch. Ey. Fünf Monster gegen ein Milliarden eins. Was soll denn das? So. Kann nicht wahr sein, ey. Kannst ja nicht immer hell werden. Guck mal. Vielleicht nur gucken, was das Portal ist hiervon. Hier, auf jeden Fall. Aua, nicht. Da unten ist was. Ich will da nicht unbedingt hin. Puh. Da ist auch noch so ein Ding. Ich seh nichts, ich seh nichts, ich seh nichts. Dann gehen wir denn mal nach oben. Ich würde sagen, ab jetzt. Ah, weg. Oh mein Gott. Das wird wehtun. Das wird wehtun. Da unten sind... Keine Ahnung, viele Leute drin. Ich will nur gehen wissen, wo das Portal ist. Riecht so extrem nach Portal mittlerweile. Aber ich seh keins. Da ist so'n altes Teil. Aber wo ist der Rest? Lass uns einfach ein bisschen behilflich werden, hier. Ich dachte gerade oben, das ist es. Ich muss jetzt irgendwie runterkommen und das ganz sicher. Ne. Da auch nicht. Also wenn das für Riesendinger... Egal. Wir gehen zurück zur Allmaltinsel. Das wäre dann fast unsere letzte Tat für heute. Wurschtel, wurschtel, wurschtel. Jetzt ab in die Schmelze. Kohle und so'n ganzen Scheiß haben wir. Wir können vier Stück machen. Vier Stück und das. Dann würde das ergeben. Das wäre natürlich super. Dann kann ich die Kohle weg. Das Eisennetz kann weg. Beziehungsweise das Erz kann weg. Hier sind die ganzen Kristalle und der Scheiß drinne. Zack. 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 Grüner Potage-Stein. Den Rest mach ich da mal so. Vier. Voll. Ab zur Werkbank. Einmal ausrüsten. Ja, voll. Stufe Nummer drei. Bam. Was können wir jetzt machen? Oh, viel. Da brauchen wir Gold. Hier gibt es jetzt... Nix Neues. Okay. Seidenstoff. Seidenstoff. Ne Truhe. Ne größere. Eiserne Axt. Da sind wir doch. Ressourcenscanner. Baut Erze, Metallblöcke effizienter ab. Das ist super. Schwert, da brauchen wir nicht. Nee. Oh. Die können wir jetzt machen. Das ist natürlich ganz geil. Und das wäre dann das nächste Upgrade. Wow. Okay. Damit würde ich es aber sagen. Wenn es mir gefallen hat bei Portal Knights, sehen wir uns hoffentlich entweder mit mir als Singleplayer-Projekt. Oder wir warten ab, was ich mit Centos mache. Entweder wir jetzt eine zweite Season geben. Oder wir spielen es hier weiter und das zu Ende. Das weiß ich noch nicht. Deswegen würde ich dir nur sorgen. Bis dahin, euer Flashdor. Und tschüss. Ohh. grewce. Und tschüss. Jetzt fünt gerade noch kurz.